Falls du dich wunderst, warum der Tisch voller bunter Basteleien ist, wir, es ist kurz vor Weihnachten und wir müssen unbedingt noch die Weihnachtsbäume schmücken und deswegen werden wir heute Wulven basteln. Und ich würde sagen, die geben wir dann auch Mila mit nach Bayern. Danke, das ist sehr freundlich. Ich denke für meine Familie, das ist nicht toll. Genau, da kannst du einfach ein paar Wulven verschenken und sagen, hier die Polis. Die Poli-Wulven. Die Poli-Wulven, damit wir auch ein bisschen hier die Queerness nach Bayern bringen. Ja, das ist doch, hört sich doch toll an. Klasse. Wir haben uns gedacht, wir fangen so ein bisschen seicht an. Entweder oder ist so ein bisschen so die Sache, wir müssen uns wirklich entscheiden. Es gibt ja immer diese Fragen, wo es so gibt, so ja, nee, ich kann jetzt dazu nichts sagen und so, ich will mich nicht entscheiden. Was ist hier unsere Regelung? Wir müssen uns für etwas entscheiden. Wir müssen uns entscheiden. Ich weiß, dass Mila das auch garantiert macht, so ja, ich würde das so machen, wenn denn das so und so dann so und so ist. Man muss ja auch Rahmenbedingungen schaffen. Das ist sonst ja, weißt du? Nein. Ich habe jetzt schon meine Grenzkarte weggelegt. Ich habe schon meine Grenzkarte weggelegt. Wir haben Mila eine Grenzkarte erlaubt, die ich jetzt wieder weggelegt habe. Weil Mila noch nicht so, also wir haben ja gesagt, wir haben schon super viel von uns preisgegeben und Mila muss ja jetzt hier nicht direkt ins kalte Wasser, sondern darf sich auch entscheiden, ob es irgendwo eine Grenzkarte gibt. Ich muss sagen, ich habe aber auch so ein paar Dinge herausgefiltert. Also nicht, wenn du dich wunderst, ich kämpfe gerade mit dem Kleber und der Feder. Die halbe Feder hängt schon an meinem Arm. Ich versuche mich in Multitasking, tut es mir leid. Okay, wollen wir beginnen? Wer fängt an? Ich fange an, ich bin neu. Super, wir haben uns alle die Entweder-Oder-Fragen hier auf Kärtchen geschrieben, die vor uns liegen und werden nacheinander diese Dinge ziehen und einander Fragen stellen. Ja, ich habe sie jetzt aber nicht sortiert mit Seicht und doch nicht. Nee, ich habe sie auch nicht sortiert. Okay. Ich habe sie auch nicht sortiert. Mila, Lino, fang mal an. Ich fange an. Die erste Frage ist tatsächlich an dich, Saskia. Ach du so. Und zwar nur an dich. Entweder mit mir schlafen oder drei Monate auf Louis verzichten. Warte mal, ich muss kurz... Entweder drei Monate lang nicht mit mir sein oder mit meinem Freund schlafen. Sehr fiese Frage, haben wir ja gesagt. Ich will nicht drei Monate auf Louis verzichten. Also muss ich dir einen Korb geben? Nein, da musst du mit mir schlafen. Ja, ich schlafe mit dir. Super. Also ich würde mit dir schlafen, wenn ich dafür nicht drei Monate auf Louis verzichten müsste. Alles fürs Team. Fürs Team, super. Ja, ich glaube, das ist in Ordnung. Das würden wir überleben. Ja, die Frage ist, definiere schlafen. Geht ja auch schnell, ne? Ja. Zur Not. Zur Not. Einmal schnell. Zack, zack. Ja. Pragmatisch. Pragmatisch. Und dann geht's los. Dann geht's weiter. Super. Ja. Cool. Also, wenn die Welt untergeht, ich weiß Bescheid, ihr macht fürs Team. Fürs Team. Ihr macht fürs Team. Alles fürs Team. Alles fürs Team. Ja. Freut mich. Ich bin damit übrigens auch okay. Also genau. Als ihr mich damit noch fragen wolltet. Ja, also, weiß nicht, Mila. Komm, sonst. Das war Milas Idee. Das war... Das war ja deine Idee. Das kam ja aus deinem Kopf anscheinend. Das kam aus dem Fragesticker. Achso, aus der Community. Ja. Ja, also... Schöne Einstiegsfrage. Haben wir direkt geklärt. Gerne. Super. Ja, ich beginne mit... An euch beide. Mhm. Entweder ein Jahr eingesperrt mit den Liebsten oder ein Jahr nicht sehen. Also entweder ein Jahr wirklich alle zusammen eingesperrt sein oder ein Jahr keinem sehen. Da stand eingesperrt. Ich denke mal in einer Wohnung. Aber wir haben Zugriff auf Lieferservice und sowas. Ja, es geht, glaube ich, eher darum, lieber aufeinanderhängen ein Jahr lang 24-7 oder ein Jahr lang gar keinen sehen. Sehen oder Kontakt haben? Weißt du, das sind dann wieder die Reihen, bitte? Nein, nein. Sehen. Punkt. Nicht sehen. Ein Jahr lang nicht... Ich komme nicht aus der Wohnung raus. Gar keinen Sozialkontakt. Nee, ich würde auf jeden Fall mit euch beiden mich lieber einsperren lassen. Ja. Also... Du musst... Du musst nicht ja sagen. Gar nicht sehen. Ich weiß nicht. Das ist halt schon schwierig. Also wenn ich wüsste, ich dürfte Kontakt haben, so telefonieren und so, dann... Das ist ja nicht so. Gar nicht. Gar keinen so richtig abgeschottet. Nein, entweder ganz oder gar nicht. Ja gut, dann würde ich mich mit ganz anfreunden, glaube ich. Ja. Ja. Und... Es ist schon hart, aber... Es ist richtig hart. Es ist richtig schlimm. Zu dritten Armee. Stell dir mal vor, das wäre auch nur ein Raum. Aber im Prinzip, wir waren das ja schon mal zu dritten Armee. Also das Ding ist, ich war ja schon mal mit zwei Partner durch Covid 24-7, 375 zusammen. Das war halt nicht so schlimm. Es war halt die produktivsten Arbeitsjahre im Leben gefühlt. Ja. Und ja, wäre jetzt nichts, wofür ich mich freiwillig entscheiden würde, aber wenn ich müsste, dann würde ich das nehmen, glaube ich. Oder? Ja. Ja. Nice. Besser als gar nicht sehen, auf jeden Fall. Ja. Dann bin ich jetzt dran. Mhm. Das ist spannend. Da bin ich richtig gespannt. Nein, erzähl. Hau raus. Eigentlich wünschte ich, dass wir während des Podcasts auch so eine Live-Mitspielfunktion hätten für alle HörerInnen, weil ich würde super gerne wissen, was so die Menschen... Vielleicht stellen wir genau diese Fragen auch nochmal in der Story und ich möchte es einfach richtig gerne wissen. Okay. Für immer monogam oder polyamor, aber kein Sex? Boah. Das ist hart, oder? Ich glaube, ihr habt unterschiedliche Antworten. Oh. Oh, da fällt gleich der Kleberunfall, lauter Schock. Für immer monogam oder? Oder polyleben, aber keinen Sex haben. Gar nicht, mit niemandem. Ich weiß meine Antwort, aber... Ich nicht. Was denkst du? Was denkst du? Ich glaube, du wirst poly ohne Sex. Poly ohne Sex. Ich liebe die Liebe. Ich liebe Gefühle. Ich liebe das. Und ich könnte mir, glaube ich, durchs... Also, wenn du mir jetzt gesagt hättest, ohne Knutsch wäre ich raus gewesen. Aber so Knutsch, alles was geht, so aufeinander legen und so alles, was irgendwie... Nee, rubbeln geht nicht. Nee, das will nicht rubbeln, aber so alles, was irgendwie geht, würde ich mich für das Polydem entscheiden. Weil... Oh, nur noch... Nee, m-m. Nein. Oh, ich hab halt schon eine sehr hohe Libido, ne? Also, es wird dann schon sehr anstrengend. Ja, aber du kannst ja noch mit dir selber Sex haben. Das ist so meine... Ach so, ja gut, das hab ich jetzt komplett ausgeblendet. Ja, dann... Also, mit sich selber darf nur noch, ne? Aber ist es für dich überhaupt relevant, Poly zu wählen? Ja, seit ich mit euch bin, auf jeden Fall. Klar, das würde uns ja irgendwie ausschließen, ne? Spannend. Spannend. Wirklich spannend. Ja, vor allem, weil ich dachte ja, dass monogam so auch dein Ding ist. War es immer bis jetzt, ja. Aber seit ich zu dir auch so einen guten Draht hab, weißt du? Äh, was soll das jetzt heißen? Du würdest verschlafen. Ach so, warte mal kurz. Was wird das jetzt? Wird das jetzt die Beichte? Das wird jetzt die Beichte. Live? Live, natürlich live. Bei Podimo? Hätte ich dich vorbereiten sollen? Ich denke schon. Oh, tut mir leid. Okay. Nee, aber ich würde... Man kann mit sich selber noch Sex haben, ne? Das ist halt auch noch so. Ja, dann würde ich Poly wählen, denke ich. Krass. Und Sex mit mir selbst. Ja. Ja, ich auch. Wenn es richtig hart wäre, ne? Ich würde auch Poly nehmen. Ich finde es manchmal... Weil monogam für mich auch einfach nicht funktioniert. Da funktioniert der Sex dann auch nicht. Gut, man hat noch Knutschen und so, ne? Man muss ja, also... Was ich halt spannend finde, ist, dass Morty, also Louis ja gesagt hat, so... Wir werden... Oder Morty... Mal erinnerst du, wie ich wirklich heiße. Morty. Morty so gesagt hat, dass Louis denkt, wir haben beide verschiedene...